Hallo, ich bin Sophie und ich bin bei der Bundjugend Hamburg. Wir sind die Jugendorganisation des Bund für Umwelt und Naturschutz und wir setzen uns für Umwelt- und Klimaschutz ein. Ich engagiere mich für die Bundjugend, weil ich finde, dass Umweltpolitik gerade ein unglaublich wichtiges Thema ist, in Angesicht der Erderwärmung, die uns hier alle betrifft. Des Weiteren finde ich, dass die sozialen Aspekte der Umweltpolitik unglaublich wichtig sind. Das heißt, dass eben nicht nur die privilegierteren Menschen davon profitieren, sondern auch Leute mit zum Beispiel weniger Einkommen oder weniger sozialen Privilegien, wie zum Beispiel Menschen, die nicht nur Weiß, Cis, Gender etc. sind. Wir treffen uns einmal wöchentlich hier im Haus der bunten Natur, im Kenning-Husen-Park. Genau, und wenn du dich jetzt einbringen möchtest, dann komm vorbei, wir freuen uns immer über neue Leute. Jalla! Jalla!